Game Keys, Game Cards, Gold und Credits, MMOGA, Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ja hallo Youtube, hier ist mir euer THC mit Toastbrot in die Wand. Jawohl, hier bin ich wieder mal mit einem ganz kleinen Fragevideo bzw. Kanal-Info-Video. Julians kurzes Ding, eben nicht so allzu groß, damit ihr ja nicht so lange gucken müsst. Ich fasse es kurz, ich habe jetzt ja eben wie gesagt schon einen neuen PC mit einer GTX 760, dementsprechend auch voll die Leistung. Dementsprechend werden jetzt ab sofort meine voll coolen Games eben, BF3 und Skyrim, weil der ganze Dünnschiss, was ich da alles habe, total flüssig laufen auf höchster Grafik und ich kann super mit Traps aufnehmen. Eins ist ja schon hoch, Battlefield 3, 7W, grafisch süchtig, habe ich heute hochgeladen, hatte ja auch gestern oder so, spielt eben und haben wir wirklich Fun gemacht, hat wirklich coole Qualität, auch vom Sound her jetzt eben viel viel besser mit meinem neuen PC und so, wird auch schön schnell gerendert. Und jetzt komme ich zur Frage, zu welchen Games hättet ihr Bock, mir zuzuschauen, wie ich zocke? Wollt ihr Live-Kommentaries bei irgendeinem Spielzeug, Battlefield 3 oder wollt ihr weiterhin kommentierte, schon erspielte Gameplays von mir, weil davon habe ich jetzt auch ein paar, aber natürlich ist es jetzt immer interessanter, jemanden live zuzuschauen, wie er live zockt, wie er sich live über sein Sterben jetzt ärgert und so. Und das würde ich gerne von euch wissen, schlagt ein paar Spiele auch vor, weil jetzt habe ich so im Kopf, habe ich so Battlefield 3, MV3, Black Ops 2 und sowas, habe ich jetzt gerade so im Kopf, vielleicht ist es ja auch so, dass ihr vielleicht ein anderes Spiel gerade im Kopf habt, wo ihr sagen würdet, hey, das wäre cool, wenn du das jetzt da nochmal als Live-Kommentary oder einfach kommentiert so machst, eben du auch spielst das Gameplay und kommentiert es dann und erzählst uns dann über Grafik etwas oder über das Spiel selber oder sonst etwas, wenn ihr so zu irgend sowas Bock habt eben und ihr immer sagen könnt, ey, macht das mal, dann schreibt das in die Kommentare, macht es per PN und so oder eben Daumen hoch und runter, wenn ihr die Idee scheiß so gut findet, je nachdem und dann weiß ich eben, was ich machen soll für euch, weil ihr schaut ja meine Videos an, ich schaue sie ja selber nicht wirklich an, haha und wenn ihr da eben euch meldet und so, dann kann ich mich daran richten, ansonsten lasse ich mir selber noch was einfallen, denn ich habe da auch noch ein paar Ideen, aber wie gesagt, es ist ja für euch. Ja, das war es dann wieder von mir jetzt, ich wollte extra ein kurzes Video machen, um euch nicht aufzuhalten und ja, da sage ich mal tschüss und wir sehen uns auf meinem YouTube-Kanal, euer THC mit Toastbrot und einer NVIDIA GTX 760. Bis dann!